Was kann die Palisaten gar nicht so? Auch wenn du schon ein bisschen älter bist, musst du bestimmt nicht sein. Der Lappen hältst du mal mit, die wird gar nicht fertig. Der Lappen macht das nicht mehr. Dankeschön, er hat ja Zeit. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Du hast zuhause auch nur halb ein Jahr. Du arbeitest auch noch mit Vaseline, was? Wer war das denn? Der Vater dann schon nicht. Wo kann das so zuher kommen? Das kann ich jetzt aber gar nicht mehr helfen. Hat er jetzt. Ach so. Ja, dann mal hin. Ja! Ja! Die andere Seite ist auch noch was zuhause. Das stinkt gut. Das ist so. Oh, das ist so. Was ist denn so? Nein, du? Nein. Das ist so ein Putzlappen. Das ist das. Oh, mein Henk. Nein. Die Haare mal beendet. Nee. Hey! Zieh richtig zu! Du musst dir ja gleich reinküssen, oder wie sieht das aus? Ich bin häufig vorhanden. Der küsst lieber einen Hund wie eine Frau, du. Das lässt du dir gefallen. Lass deinem Hed ja offen aus. Hed ja tut ihnen ja nichts. Ich lass meine gleich so hoch. Warum hast du im Lein gespürt? Lass ihn mal drinnen. Da hat er ihn mit dem Bolzen losgelassen. Siehst du so, dass ihr weiß. Hed ja. Hed ja. Hed ja. Hed ja. Hed ja. Hed Uhm ob was sich da Eis peeled hin, oder. Hed ja Hed ja, huh hild. Hed ja, nir ja. Das war gut. Das war gut. Sie hat sie nicht erkannt. Sie hat sie nicht erkannt.